hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls 19 auf chrisischen marsch wir arbeiten jetzt auf feld 1 und bekämen das unkraut feld 13 ist nach wie vor nach wie vor gedüngt stufe 2 wir treffen hier bei der ecke das aus wir fangen hier vorne an hier etwa wissen wir zurück den kurs halt mal löschen neue einbringen und dann speichern so rundherum zwei runden generell kurs schon füllt an feld 1 ob das sehen ganz gut aus und kaut und kaut ja b kipp 1 schauen wir hier klarkommt und mit dem bäumen Hush off ja ja auch gut der ist aktuell mit ich mal schauen wir jetzt kriegen für verkauf wir haben noch bitten gäste beim bäcker nimmt noch was haben wir kein soja aber noch ganz gut was 8800 das verkaufen wir machen das ist ein niedriger werden wir diesen anhänger verkaufen den blauen da der zur zeit auch nicht funktionierte wegen abfahren jetzt im kurs muss vielleicht funktioniert haben aber zwei hänger zu haben blödsinn nicht machen hier ein foto das album soja das alte fahrrad so aber in ansicht so fahren wir zum depot so oder mond scheint so schön hier sturm das gebäude ist ja da das gebäude ok klingel der kasse hat sich gelohnt so ob sie abbiegen abbiegen weiter geht's keiner gesehen oh na immer gas wir kommen nicht alle aufstehen auch mal foto machen so aus ansicht kontrolle die ersten grunde fast fertig oder arbeit sogar ich dachte schon mal dreht wir kurven schauen wir ganz kurz rein wir haben noch erste aber nächstes so erste wie ist die wachstumpe gras gras ist abgeerntet immerhin kein unkrot wird auch noch kommen so auf zu fällt da oben finden wir uns ach wollte mich jetzt mal zurecht finden gut schnell zu fällt 1 aber erst mal konkret auffüllen und nicht darum hat da einmal was verloren die aussage schon da gibt es signale gerade umgeschaut wir haben richtig viel geld das heißt jetzt geschickt investieren oder die schulen zurückzahlen sieht blöd aus so auf zu fällt 1 die schien wurde fällt noch fleißig hat da ist er nee nehmen an er wäre so gefahren gleich gut dann verkaufen wir mal erste und auf zum bäcker mit vollgas auf karahau und 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 lang gerade so die kurve gekratzt ich will auch zum bäcker, wenn der bäcker ruft irgendwas oh auch nicht eine mauer ich wiese lenke oder irgendwann haupten oder anhänger zu schwer und da sind wir ja oh gib mir Geld so, jetzt wieder nachts ist es für uns spielbar 2 lkw zurück starten noch den zweiten traktor fahr die spritze runter das ist ja scheiß die Autos ist auch so spät das ist nicht besser ah der ist fertig gut dann gleich den zweiten traktor starten als die blöde ist wenn ich irgendwo gegen gefahren dann kostet er für die nacht über Geld so irgendwann haben wir garantiert noch ein paar mehr zum hellen dann fahren wir runter und das meinte ich er wird nicht er wird stehen und warten bis das würde die ganzen stunden die der mutter laufen lassen so hier haben wir noch zum hof ich lasse ihn noch auffüllen da ist er dann gleich laufen und dann gehen wir auf die liege morgen früh ist wieder hell wenn wir ungefähr jetzt haben wir 20 uhr bis 6 ungefähr 10 stunden ab 6 ist wieder hell dann geht es wieder so dann haben wir noch Feld 1 und Feld 2 und Code so wo sie liegen tippi 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 tappi 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 da ist sie macht sie bequem es ist hell geworden schön kontrolle 2 wachstum stufe wie befürchtet das heißt ich muss hier 10 düngerstreuer auf umbauen 13 fertig 1 dann gehen wir gleich auf Feld 2 und machen den umkaufbekämpfung das ist ja lange läuft ja noch dann machen wir den anderen mal umrüsten da hoch merke dann wieder und macht hier so umrüsten auf pflegebereitung aber das machen wir nächste folge ich denke mal wir haben gut als gefolgt gewesen sein für die heutige folge ich hoffe es hat euch gefallen würde mich mal ein like freuen über ein abo ich sage schon mal danke danke bis zur nächsten folge das ist das so du hast du das hier nicht das du Untertitelung des ZDF, 2020